So. Schöpfen. 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 Irgendjemand holt's bitte ab. Geht ihr wohl mal aus meinem Weg da. Zu. Zu. Komm holt das Wasser ab. Ihr kriegt auch ein Portal hier. Wird schön. Kontrolle übernehmen. So. Das da weg. Du weg. Zu. Zu. Ich kann nicht zumachen wegen doofen Schnecken. Gut dann machen wir halt hier zu. Kriech schneller. Zu. Zu. Hört auf Smalltalk in meiner Mine zu betreiben. Genau. Raus da. So. Befreien. Fertig. Bringt die Schnecke um. So. Jetzt alle Mann raus hier. Raus. Raus. Komm. Hopp. Und. Ich glaub die Stalactiten sind da ein bisschen zu doof. Warte. Du. Nicht nichts dazu bauen. Du. Kontrolle übernehmen. Mach da ein Loch. Mach hinter dir wieder zu. Geh. Geh. Geh weg da. Hallo. Du bist hier gleich gefangen. In drei Sekunden geht es brutal zu. Danke. Jetzt lacht er auch noch. Geh. Okay. Befreien. Befreien. Jetzt geht er weg. Ne, ne. Quatsch mich nicht voll. Ich will dich steuern. Mach. Ach. Bevor jetzt wieder irgendeiner kommt. Gut. Zu. 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 Und setzt da einen Altblock hin. Und macht da eine Fackel drüber. Und guckt zu. Tada. Indoor Pool. Na ja. Halb indoor. Komm. Oder geht hier jetzt mal ein Block weg, oder? Äh. Das müssen wir anders machen. So. Ne. So geht das nicht. Ähm. Geht das so. Und dann so. Ne. Oh. Oder so. Okay. Aufschippen. Schipp, 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 schipp. Sehr gut. Ne. Nicht weg. Äh. Na gut. Ihr macht das schon. Raus, raus, raus. Äh. Also. Wir haben eine Möglichkeit, Wasser zu bekommen. Aber sie ist noch nicht ganz ausgereift. Da müssen wir noch ein bisschen rumprobieren. Und irgendwie sehen die Blöcke, nachdem die Eisbücher, Blöcke weg sind danach ein bisschen komisch aus. Das sollten wir vielleicht auch nochmal in Angriff nehmen. Ja, ja, ja. So, noch dazu. Schnecke töten. Oh, wir haben auch nicht genug Eimer, kann das sein? Wir haben auch nicht genug Bretter, kann das sein? Und wir haben genug Holz. Brett, 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 so. Ein paar Bretter auf Vorwärts sind immer gut. Wasser. Sammelwasser. Rüstet bitte alle die Schwerter aus. Das kann ich echt nicht mehr ansehen. So, so. So. Okay, schon besser. Ganz viel Wasser. So. Töte die doofen Skelette. So, baut da noch bitte die Tür wieder auf, die alle zwei Stunden eingerissen wird. Genau, die da. Dann den ganzen Schnee weg, damit wir Wasser bekommen. Du darfst auch sterben. Der Schnee hier soll auch weg. Der Schnee sowieso. Oh, da wollten wir Ton machen, ne? Dafür war ja die ganze Geschichte. Also bis seit die Stuckwände Ton haben wir ja noch acht Stück. So, Sand haben wir auch noch. Gut. Ganz, ganz, ganz viel Stuck. So. Setze Erde, setze Erde, setze Erde, setze. Erde, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Sehr schön. Aber das ist so komisch gerieselt. So, Überlegung war jetzt auch, er setze Schnee, er setze Erde, hier diese Art Tunnel zu bauen, damit wir Fackeln setzen können. Wobei die ja nicht so wirklich notwendig sind. Wir können später mal gucken, ob es irgendwelche Laternen gibt, die man draußen hinstellen kann. und dann machen wir das da. So. Hier, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sehr gut. Schnee weg. Schnee weg. Und dann kommt da bitte ein Dach drauf. Also kein richtiges Dach, sondern erstmal nur unser Stein-Dingens hier. So, das weg, das weg, 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 weg. Die Tür wurde gar nicht gesetzt, Jungs! Tür, da, Tür, da. Und bitte einmal das Schienensystem verlege den da hin. Dann können wir gleich beides abbauen. Was sagt der Techbaum? Genau, Bahnheil muss gebaut werden. Dann haben wir eiserne Spitzhacke und Eisenachs. Das wird sehr viel Eisen kosten. Und oben müssten wir Ton herstellen. Ton. Wir haben nur acht Wasser. Das ist nicht viel. Aber es kommt ja einiges an Ton bei raus. Okay. Lenset-Fenster braucht Glas. Glas braucht Kohle. Und Sand. Und da wir ja doch recht viele Fenster in unserem Tech-Tree haben, mache ich gleich mal ein bisschen mehr Glas. So. Findest du den schon? Also einmal ein rundes Fenster. So. Einmal ein Lanset-Fenster. Lanché? Keine Ahnung. So. Da, da. So ein Fenster. Wir werden auch bei gebaut werden müssen. So und so. Dich bitte setzen. Dich bitte setzen. Dich bitte setzen. Dich bitte setzen. So. Yay, Belohnung. Du weg, du weg. Du stirb, bevor du groß wirst. Ja, ja. Dass auch alle immer gleich loslaufen. Na gut. Äh, du entferne Bahnhaltestelle. Und das hier sieht echt doof aus. Das müssen wir unbedingt demnächst ändern. Schnee weg. Schnee weg. Schnee weg. So. Und da auch noch ein Stein hin. Der Schneeblock da oben sieht ein bisschen komisch aus. Aber gut. Ähm. Dann müssen wir hier das auch nochmal erweitern wie da. Dann haben wir auch langsamer unser Turmgeschoss hier fertig. Stülpschnecken. So. Was noch? Was noch? Ein neuer Dirtblock da hin. Wie machen wir das mit dem Schnee? Oh. Wir können einfach immer... Ich... Stopp mal. Wenn wir... Wo ist denn das Eis? Da. Können auch ein bisschen mehr Eis herstellen. Wir haben so viel Schnee. So. Eisblock. Flupp. Wir können einfach immer wieder hier Eis hinbauen. Da Eis hinbauen. Und uns da runterputzeln lassen, oder? Stopp, du. Genau, du. Bildeswerk. Kontrolle. Runter. Das machst du einfach mal von Hand. Du bleibst jetzt hier... Nein, nein, nein. Nicht den... Sonst wird es da ein Eisblock hin. Warte. Dumm-di-dum. Dumm-dum-di-dum. Flutsch. Fast alles rutscht runter. Dumm-dum-di-dum. Flutsch. Jo. Okay. Das klappt super. Das heißt, wir nehmen da unten die Fackel weg. Wir nehmen... Geh weg. Wir nehmen da die... Fackel. Wir können die Fackel entfernen. Danke. Und setzen hier einfach nur immer wieder... Dinger hin. Und dann brauchen wir Scafolien, damit die Zwerge nicht ertrinken. Es wird ein sehr komischer Pool. Aber wir sind auch sehr komische Zwerge. Das passt schon. Also, Scafolien, 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 Scafolien. So. Eis. Eis da. Ich würde gerne rüber. Und ich habe schon wieder leert, hast du rüber, um wegzukommen. Ja, okay. Also genau. Wir machen immer da hinten Blöcke setzen. Dann passt das. Wir müssen in der Mitte das Scafolien wegmachen. Das Zwerge. Damit wir hier immer wieder Wasser sammeln können. Obwohl, so müsste eigentlich auch reichen, oder? Ja, ich glaube schon. Slush, 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 slush. Ja, ganz viel Wasser. So, wie schaut es hier aus? Dazu, dazu. Dich weg, dich weg. Und dann machen wir auch einen kleinen Fluss hin. Weil ich denke mal, mit der Zeit werden wir hier genug Wasser haben. Und dann können wir einfach nur Deko halber hier die beiden Teile hier hinstellen. Nicht, nicht wegkommen. Wasser weg. Manchmal will er echt nicht. Dann sammle das da alles ein. Hier im Portal, bitteschön. Dann Eisblock. So, halbe Stunde, bis Welle kommt. Türen stehen. Ist alles schön schneefrei. Das da muss noch weg. Das da muss weg. Äh, ein Stück. Da. So. Und Licht bräuchten wir hier drin auch noch. Nicht, dass gleich wieder diese komischen Dinger wachsen. So. Und zwar da und da. So. Komfort 62. Die Fenster brauchen irgendwie ewig lange. Warum baut die keiner? Haben wir irgendwas abgebaut, was wir brauchen, um das herzustellen? Wart mal. Äh, Lager. Komisches Deko-Glaszeug. Info. Benötigt Werkbank. Das da müsste eine Werkbank sein. Oder. Werkbank. Ja, es sieht aus wie eine Werkbank. Oh, warte mal die Laterne. Kann ich die Laterne draußen hinstellen? Plopp. Plopp. Ja, kann ich. Sehr schön. Davor. Ja, komm schon. Warum baut keiner das Deko-Glaszeug? Ja, okay. Es sind die Sklette draußen verprügeln. Das macht Spaß. Ich weiß. Aber trotzdem wäre es ganz schick, wenn einer von euch die Werk... Äh, die Glasdinger bauen könnte. For Science und so. Genau. Hau die in der Tod. Ist okay. Und wir haben neue Goblins. Nee. Tür. Sehr schön. Ach so. Wir hatten keine Bretter für die... Naja, okay. Wir brauchen mehr Werkbänke. Werkbank. Brauch. Eisen. Brauch. Tisch. Brauch. Holz. Brauch. Holz. Zwei Werkbänke. Werkbank. Obwohl, warte mal. Stopp. Werkbank. Werkbank. Gut, gut. Alle schön Holz herstellen. Und ihr Jungs, ihr habt gerade nichts zu tun. Macht mal den Schnee hier weg. Ersetzt das hier mit Dirt. Jedenfalls kurzfristig. Langfristig hätte ich auch eigentlich den ganzen Boden hier ersetzt durch Dirt oder Stein. Aber das ist wirklich nur sehr, sehr unwichtig. Sammeln Wasser. Tüte Schnecke. Unser Dirt wird auch langsam knapp. Das heißt, wir sollten weiter an unserem Tunnelprojekt hier arbeiten. Wow. Wächst hier viel Zeug. Oh my god. Also jetzt Eisenerz. Dürfst zur Hölle. Okay. Teleporter. Tötet kleines Ding. Genau. Alles töten. Das könnte man auch ausnutzen. Wurde mir auch schon mal vorgeschlagen. Dass man so eine Art Ameisenfarm anlegt. Weil die immer nachspawnen. Solange man mindestens einen am Leben hält. Aber nö. Komm. Wir haben durch die Skelette und die Wellen schon genug Gegner, denke ich mal. So. Also hier bitte alles freimachen, damit wir die reistlichen Viecher töten können. Das Eisenerz da hinten ersetzen. Das Eisenerz da ersetzen. Das Eisenerz da ersetzen. Dich wegmachen. Dich wegmachen. Dich wegmachen. Oh. Ich glaube, der steckt in den komischen Kokona fest. Genau. Chop, 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 chop. Anga. Anga. Töten, töten, töten. Und vorbei. Sehr gut. Also hier alles aufräumen. Wo muss alles gut? Du musst weg, du musst weg. Kein neuer Schnee, kein neuer Schnee. Okay. Äh, Hunter Motor. Nö. Hier bitte zumachen. Kriegt auch Scaffolding. Das bitte alles weg. Das da auch weg. Sollte wieder einen von euch übernehmen. Du. Übernehmen. Zip, zip, zip. Zip, zip. Komm, geh runter. Run, runter. Runter. Genau. Gegenteil von hoch. Mühen runter nicht. So, du weg, du weg. Du weg. Du. Zu. So, stopp. Dört weg. Du. Na komm. Kommst du nicht an, ha? Nee, okay. Scaffolding. Äh, äh. So. Oh, sieht irgendwie sehr hell aus. Du weg. Okay. Zu, 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 zu. So, jetzt brauchen wir gar keine Scaffolds mehr. Zu, zu. Einen Ausgang bräuchten wir allerdings noch. Und das ist ein Problem. Äh, wie? Mach mal da ein Loch. So. Jungs, raus da. Und wir haben kein Dirt mehr. Ja. Okay. Ähm. Das sollten wir dann später angehen. Oder wohl, wir können einfach hier weitergraben. Du. Grab. Grab und dein Leben. Wir brauchen mehr Dirt. So. So. Das muss jetzt alles eingesackt werden. Okay. Portal, bitteschön. So, so, so. Genau. Sägt das ganze Dirt ein. Bring den da schnell nach Hause, damit ich hier oben schnell weiterbauen kann. Kein... Dirt ist wichtiger. Erst Dirt nach Hause bringen. So, nicht in das Portal reinlaufen. Gut. Äh, kommen wir da oben links an? Nein. Scafuld, scafuld. So. Zu. 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 Gut, 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 gut. Wird auch gelacht. Du. Nicht. So. Du. Nein. So. Genau. Zu. Zu. Scafuld weg. Nein, 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 nein. Nein, nein. Waaah. Also, es ist schon praktisch, selber die Zwerge jetzt zu steuern manchmal. Aber es ist trotzdem ziemlich friedlich. Macht einfach hier alles weg. Und das weg und das weg und so Zeug weg. So, und wir nähern uns langsam den neunten Zwerg. Das ist okay. Das da bitte weg. Pilz bitte weg. Geh voll bitte weg und die ganzen Türen neu setzen. Danke. Jetzt sollte ich die echte drin lassen. Dich töten, dich töten. Dich töten, dich weg machen. Dich töten, dich weg machen. So. Und ich glaube, wir sollten jetzt eine kleine Pause machen. Und in der nächsten Folge ist vermehrt den Tech-Proben angucken, dass wir auch vorwärts kommen. Ich meine, Deko-Sachen schön und gut. Und das nimmt auch langsam Gestalt an. Aber ich will das tolle Zeug haben. Ich will die Ziegelwände und ich will die Steinwände und all sowas. Da muss man sich halt durchbeißen. Und warum ist keine Tür mehr im Lager? Wo ist die Tür? Ah, da ist die Tür. Okay. Aber ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Also.